Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von der Revolte-Ideologie. Ihr wollt mehr sehen und wenn es uns blässiger passen, dann abonnieren wir den Kanal. In der letzten Folge haben die Flüchtlinge uns verraten. Die Schweine. Aber wir haben sie... Ja, die haben eigentlich jetzt kaputt gemacht, was richtig kacke war. Aber wir haben sie doch kaputt gemacht. Mit ganz viel Glück aber. Aber hat alles gut funktioniert und das freut mich natürlich auch. Gut, Katharina darf hier abernten. Du bleibst natürlich auch hier. So, oben weitermachen. Roland muss... Muss gut werden. Und dann muss ich los. Am besten... 1,2 Tage, yo. Ähm... Was, Katharina oder Julia? Medizin kochen, also. Du, Geschmitt. Katharina bleibt hier. Du, Geschmitt, du, Geschmitt, du, Geschmitt. Ihr kriegt natürlich noch was zum Spachteln. Die Schlafsäcke. Ihr kriegt ein bisschen Medizin mit. 10, das muss reichen. Ihr kriegt's... Oh, da frisst gerade jemand dran. Mal abwarten, bis da fertig gegessen wird. Gut, jetzt können wir's nehmen. Quest aktiv. Ah, eine Gruppe von armen Reisenden, der hat sich Hilfe suchen. Die Reisenden betteln um 39 Medizin. Sie brauchen die Medizin oder Freund. Roland ging sonst zu überreichen, weil er kommt jetzt der Restlich auf. Wird ein Tag. Ein Tag, wie viel habe ich denn? Oh, 9,3. Echt jetzt? Alter. 39, ey. Aber normal gibt's da wieder was Gutes dafür. Ähm, ja. Komm. 39. Koss, 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 koss. Hier. Jetzt können wir nochmal. Ähm, wir wollen von hier nach da hin. Bin ich mit einem Schlaganfall oder was ist jetzt los? Entsenden. Bin ich jetzt komplett beknackt oder was? Ich bin doof geworden in dem Fall. Aber sowas von. Ich bin doof geworden, aber es macht nix. Ähm, wir machen das nochmal besser. Wir sagen so. Äh, Katharina bleibt hier. Äh, die P sind los. Wir sagen, yo, ich tue das euch verwalten. Ihr nehmt das mit. Ihr kriegt die einfach Mahlzeiten. Das stimmt. Ihr kriegt aber Kräuter mit. Zehn Stück. Mahlzeiten. 2,6. 2,2. Yo. Entsenden. Los geht's. Gibt Vollgas hier. Die kriegen da die Medizin. Er bringt sie den. Gut. Verlassen das Gebiet. Hoffentlich hat's was gebracht. Katharina ist am Wursteln. Das stimmt. Das stimmt. Gut, die P sind los. Die P ist da rum. Batterien haben wir genug. Denn sein Raum muss fertig werden. Kannst du eigentlich auch bauen. Nö. Du? Ja. Was machst du? Das ist mir einfach eine Mahlzeit. So, danach tust du hier bauen. Ne? Hättest du es ja auch einfach essen können. Ja, das ist echt kacke, was du da gemacht hast. Das stimmt. Das stimmt. Kannst dich gleich nochmal ranhocken. Böden. Holz. Holzboden. Das sieht gut aus. Was ist hier los? Weg mit dem Klump. Das will doch keiner sehen, Mensch. Ist das schon gebaut? Nein. Was fehlt dir? Muss ich erst beerdigen. Okay. Katharina ruht sich aus. Tu mir hier noch die zwei Dinger fällen. Ja, komm, entfernen. Drei. Nein. So. Einfach wegmachen den Dreck. Und du? Nein, du baust nicht ab. Du machst hier diesen blöden Nachttisch fertig. Na klar. Bis der besser ist als normal. Und er ist normal. Sehr gut. Die anderen haben jetzt den Stopp reingehauen, oder was? Ja, tatsächlich. Ja. Er ist vollständig geheilt. Das kommt hier raus. Dann darfst du da unten weitermachen. Erholung. Passt. Wach werden. Los geht's. Essen. Tragen. Dann darfst du hier fertig machen. Nein, du machst hier fertig. Außer du verkackst zu viel. Dann natürlich nicht. Gut, die meditiert. Das kann mal rein. Eruption ist fertig. Okay. Wir sind hier. Da sind die. Das ist gut. Was haben die denn? Einen Bogen. Da liegt was in der Türe. Sieht gut aus. Nein, du kommst hier rüber. Zwei mit nem Bogen. Fast. Knall drauf. Trifft doch einfach. Jawohl. Greifen meine Kolonisten an. Hier drauf. Ganz, ganz wichtig. Du schnappst dir den. Du schnappst dir den. Sehr gut. Oh. Ganz gut. Nehmen wir die zwei hier an. Dann flitzen wir mal rein. Das hat eigentlich mehr wie gut geklappt. Da bin ich echt Zaunung eingetroffen. Ey, geil. Vor allem hier der Tornado. Ultra. Nein, du kannst jetzt andere Dinge machen. Gut. Gas drauf. Aha. Okay. Dann könntest du natürlich wieder heimflitzen. Alle. Ihr dürft alles mitnehmen. Waren. Wo kommt der schon wieder her? Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen, oder? Hab ich so das Gefühl. Dass ihr mich so hart verarschen wollt. Muss ich jetzt mal reinschauen. Sidearm erscheint das zu sein. Okay. Mal schauen. Einmal noch in dem Fall. Oder was macht sie? So, die pausieren wir jetzt mal. Was ist mit dem Zielgerät? Bist du irre? Bist du komplett irre, oder was? Auf keinen Fall, ey. Komm da rein. Keiner fingert mir das Zielgerät an. Dreh ich nur durch und zünder ich das Teil. Wäre gar keinen Bock drauf. Kavane der Faktion Anna. Fünf Waage haben menschliches Fleisch gewittert. Belästigen. Die Waage werden sieben Stunden, nachdem die Queste eintreffen. Fünf Waage, kriegen wir das hin? Das probieren wir einfach. Die hier. Hm. Ne Harfe und das da. Ach komm, das nehmen wir an. Okay, dann kannst du das auch fix reintragen. 08. Steckt der Wahn? Was haben wir denn da schon wieder? Das ist der Kelch. Das ist der Kelch. Das ist einfach die Karane. Okay, wir checken mal hier weiter. Das sind die Waage. Das ist das. Ah, das ist die... Nein, das ist in dem Fall was anderes. Versteckte Wahn. Die sind hier. Okay. Menschen jagen das Rudel. Verstecken wir uns hier weiter hinten. Das ist am besten, wenn du hier reingehst. Ah, die kommen von der anderen Seite. So, Switch um. Jetzt machen die mal mein Geschütz kaputt. Ich glaube, es hackt, ey. Okay. Das ist doof. Komm mal hier rum. Switch mal hier oben rum. Pump den mal weg. Oh. Gut, das ist weg, das Fiech. Umswitchen. Super. Wieder ein Geschütz weniger, ey. Mach das Fiech kaputt. Oh, bleib hier drin, ey. Du bleib hier. Sehr gut. Pump noch mehr einen drauf. Okay. Wie lange haben die noch? Oh, fünf Tage sind das okay. Also, switch mal unten raus. Ah, kommt schon. Kommt schon. Okay. Gut, 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 gut. Rumswitchen. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Sehr, sehr gut. Gut. Jawohl. Nochmal. Trinkt nix. Lauf. Boah, zähes Fiech. Lauf zu, ey. Jawohl. Ganz gut. Hier den letzten noch. Sehr, sehr, sehr gut. Also, den Rest geben. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Bevor da noch irgendwelche Gefahr ist. Den Rest geben. Den Rest geben. Oh, die sind kaputt. Du darfst. Julian, kein Reparierer. Was ist denn da los, ey? Repair. Natürlich bist du ein Reparierer. Jetzt haben wir endlich wieder Fleisch. Gut. Super. Na, haben wir es schon. Kapsel eingetroffen. Yeah. Rein damit. Habt's euch verdient. Aber. War. Schlecht. War richtig schlecht. Scheiße, das Repairn hier. Das war richtig grottig. Ich hab ein Geschütz wieder verloren, ey. Aber egal. Die kommen jetzt auch wieder. Die sind gleich da. Hurra. Unbekannte Bedrohungen. Haben wir noch Zeit. Müssen wir schauen. Quest haben wir nicht mehr viele. Die Struktur muss fertig werden. Das Jagdrevier bemerkt. Ja, es ist uninteressant. Sehr gut. Die sind wenigstens jetzt da. Cool. Da ist noch ein Setz fertig forschen. Gut, Zanobot fertig. Verrottet die schon am Verrotten? Ja, dann natürlich. Verrotten, diese Sachen brauchen wir nicht. Julia bettelt sich hier durch. Verrottet die schon am Verrottet. Ich will die Schütztürme. Ich will die Schütztürme. Sehr gut. Schusswaffen. Ich will die Geschütztürme. Damit ich hier ein paar bisschen zubauen kann. Top. Bump. Passt. So, die gehen fix rein. Nahrung haben wir genug. Kann ich eigentlich gleich wieder losstarten. Bekannte Bedrohungen. Weiß man noch nicht. Okay, Caravan informieren hier hinten. 1,4 Tage. Ach stimmt, die Nacht ist ja. Aber es geht Roland. Tolbaro. Die zwei. Die müssen das jetzt machen. Die müssen das hinkriegen zu zweit. Reisevorräte. Bekannte Bedrohungen. Bekannte Bedrohungen. Ach, null. Passt schon. Entsenden. Los geht's. Die sind unterwegs. So, die verlassen das Gebiet. Wen haben wir hier? Julia. Schneidern. Also, Julia darf dann weiterforschen. Stahl. Stahl. Die Bauteile, die hier irgendwo waren, die sind ja weg. Okay. Blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Was da mit der Hand? Die Mörser. Tritt als Sklave bei. Oh, yeah. Okay, also. Noch älter geht nicht mehr, oder? Ja, sonst geht nix. Schade. Nach so langer Zeit, eh. Das hätte mich echt gefreut. Der Sander ist noch da. Der kann dann Dinge tun. Schön. Der baut ab. Gut. Wir haben zu viel, wir haben zu wenig die Pflanzen. Ich brauche noch mal einen. Aber etwas jüngeren. Im Gegensatz zu dem da oben. Ein Tag. Boah. Das sind echt normalen Stoffen entlegen, eh. Was macht denn der? Weiter abbauen. Gut. Gut. Sender baut hier fertig. Das freut mich. Was machst du als nächstes? Ach, die Wände. Ach, du brauchst nicht fertig, weil keine Steine mehr da sind. Ähm. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen was abreißen. Direkt Stall zur Wand. Oh, herrlich. Super. Gut. Dann darfst du hier runterkommen, darfst du die zwei Bände abbauen. Die zwei. Oh, echt so wenig. Fünf nur. Fünf. Oh. Wow, 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 wow. Ja, dann musst du noch weiter abbauen. Dann hilft es nix. Dann hilft es leider nix. Dann kannst du das wenigstens fertig bauen. Wenn du eh schon auf dem Hochweg bist. Inspirierte Zähmung. Julia. Der nächste Zähmung, egal wie schwierig es ist. Wow. Wildtiere. Riesenfaultier. 19. Uff. Und. 12. Okay. Ähm. Warte ernähren. Wo war denn das jetzt wieder? Was haben wir denn an Lebensalter? 20. Ja, da geht wenigstens noch was. Wolli, 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 Wolli. Gras. Entwicklungszeit. Körper. Mindeststufe Tierpfleger 10. Ernährung, Hungerrate. Schmerzschock. Wildhalt, Rasse, Lasttier. Nein. Dann brauch ich dich noch nicht. Richtig geil, wer jetzt ins Rumo noch kommen wird. Besuchern, komm. Sieht aus wie eine Taucherbrille. Okay, ähm. Uninteressant. Kunst, sozial, uninteressant. Brandbekämpfung. Pronotour. Schneller Gier. War der nicht mal da? Der war doch schon mal da, oder? War doch schon mal da. Hm. Okay. Ihr. 0,2 Tage. Schön. SS-Trader und Großhändler. Natürlich optimal, ne? Wasch der Großhändler. Pemmikern. Halten wir mal noch. Üppige Mahlzeit. Vegetarisch. Oh, schön, ne? Laufheil, Kamelhaar, Medizin. Stahl, ja. Blablabla. Psychoidblätter. Kann ich jetzt eh noch nichts damit anfangen? Verkauf mal alles. Das schlechte Klump kann alles weg. Da haben wir auch. Sachen, wo wir nicht mehr brauchen. Ah, das schon. Sündengang kann weg. Das kann weg. Schlecht kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Okay. Silger Torpedo. Blachstahl. Hast du Bauteile? Ja, hast du. Nehm ich. Hast du Stahl. Stahl. Oh. Zu viel. Ist mir zu teuer. Also. Das mal nur an. Fix rein und fix rein. Der pennt noch. Ah, die kommen gleich an. Sehr gut. Bin ich mal gespannt drauf. Sonsten müssen wir von der Karte runter. Und stopp. Bevor ich hier ankommen, sage ich an der Stelle. Nein, wir schauen rein. Wir schauen rein. Wir schauen rein. Gut, wir sind hier. Das ist da. Oh. Es bleibt spannend. Bis jetzt ist mal nichts. Es kann nichts sein. Es kann irgendwas runter droppen. Oder es können. Also was ich glaube, ist, dass eine Tierwelle kommt. Und die ganzen Alpakas hier. Am Raiden sind. Aber gut. Wir sehen mal. Entweder sind die Mechs. Wo landen. Es sind Piraten, die landen. Oder die Alpakas. Dann sage ich an der Stelle wieder nachsusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.